Wird Zendaya etwa nie wieder singen? Der Hollywood-Star startet nun als Schauspielerin richtig durch und ist bald nicht nur in der Spider-Man-Fortsetzung Far From Home an der Seite von Tom Holland zu sehen. Auch ihre Serie Euphoria, in der sie die drogensüchtige Rue spielt, startet Mitte Juni in den USA. Wie Zendaya nun im Interview mit dem Paper-Magazin verriet, vernachlässigt sie bewusst ihre Karriere als Sängerin und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich denke, die Musikindustrie nimmt dir die Leidenschaft, sie saugt dich aus. Es wirkt so, als sei die 22-Jährige aus der Musik herausgewachsen, wie sie weiter beschrieb. Das, von dem ich dachte, dass ich es will, will ich gar nicht mehr. Besonders, wenn ich daran denke, womit ich in der Musikindustrie zu tun hatte. Zendaya will sich also künftig nur noch ihrer Schauspielkarriere widmen. Aber wer weiß, vielleicht kann sie ja in Musicalfilmen wie schon 2017 in Greatest Showman auch beides unter einen Hut bekommen. Was denkt ihr über Zendayas Plan, die Musik komplett an den Nagel zu hängen?